So, Vespa Grabo Hornisse vertrieben, Ernte Pyrus Pyrifolia, Sorte Hosui, 28. August 2019. Oh, wie es ausschaut, hat eine überlebt. Ja, die ist noch zu retten. Schöne Frucht. Mal ernten. Vorsichtig runterdrehen. Ja. Hosui. Rauehaut. Ne, Akanashi. Aonashi sind die grünen, haben wir auch. Sorte Shincheki oder Nichiseki. Ja, ich bin schon gespannt, wie das schmeckt.